Moin Leute, was geht? Mein Name ist JudoGangs.com auf der Playstation 4 und herzlich willkommen zu einem neuen Video von GTA 5 Online. Es ist natürlich wieder so ein kurzes Video, aber ja, kurz aber knapp. Ich werde natürlich versuchen jetzt auch mal längere Videos zu machen für euch. Besonders ein Facecam. Und ja, wir sind jetzt hier am Flughafen. Wir landen jetzt hier erstmal. Da haben wir schon das Dodo Wasser Flugzeug. Für 500.000 Dollar habe ich mir das gekauft. Große ist schon ein ordentliches Stück, muss ich ganz ehrlich sagen, aber der Verkauf lohnt sich auf jeden Fall. Absolut. Das ist ein richtig duftes Fahrzeug, Flugzeug und das ist hier die Billigknarre hier. Das ist eine richtig geile Knarre, muss ich sagen. Hier, guck mal. Nice. So. Steigen wir mal ein in den Heli. Äh, Pff, Dodo Wasser Flugzeug meine ich. Rechts ist noch mein guter Heli. Da ist er. Moin Moin. Oh ja, wir machen 27 Leute hier. Ich finde das richtig klasse, dass jetzt über, äh, dass 30 Leute, äh, gleichzeitig online sein können, können im Ding-Modus im GTA 5. Finde ich richtig klasse. Muss ich euch ganz ehrlich sagen. Ich finde es richtig klasse, weil nun mal auch mehr Leben im Spiel ist, ne? Vorher, da war überhaupt kein Leben. Null Leben. Null Leben. Uuuuuh. Hehe. Looping machen mit dem Dodo Wasser Flugzeug. Also keine gute Idee. Ach ja. So, die Aufnahme jetzt zu beenden wäre ein bisschen zu kurz, ganz ehrlich. Wir schwimmen jetzt mal an Strand und töten ein paar Leute. Oh, Marshall. Marshall, Marshall. Okay, was haben wir hier? Der leichteste Weg. 500 Dollar. Also Rockstar Games. Sie verlangen auch für jeden Kack. Geld. Irgendwann mal verlangen die sogar Geld, dass man überhaupt in eine Lobby beitritt. Lobbygebühr. Pff. Geldmacherei, ehrlich. Geht doch nicht. Hehe. Hey, Moin Moin. Alles klar bei dir? Ach komm, hau doch ab. Die hat Glück gehabt, dass ich sie nicht getötet habe, Alter. Hehe. Wayne Jonesen oder was? Ich krieg euch. Ich krieg euch. Ich hab eh keine Chance. Oh, geil. Komm, jetzt hau mal mal den Typ des Messers in den Kopf. Scheiße, Mann. Sterbt, Alter. Das ist die Billigknarre, die ich in der Hand habe. Die habe ich schön in der grünen Farbe gemacht. Ich finde das richtig nice. Billigknarre und Farbe grün, das passt einfach. Sieht sowieso in First Person am besten aus, finde ich. Muss ich ganz ehrlich sagen. Stierp, Digga. Stierp. Stierp. So, jetzt haben wir nur noch diese scheiß Knarre hier. Diesen scheiß... Was ist das? Äh, Knüppel. Polizeiknüppel, genau. Naja, schwimmen wir mal ein bisschen ins zeigte Wasser. Die Abkühlung wird uns gut tun. Und... Dann würde ich sagen, war eine kleine tolle Runde. Geht dann, der klappt gerade ab. Und auf jeden Fall reinmachen. Das war YouTube-Song auf der PS4. Und... ...und... 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 ...und...